Nachdenkseiten Die kritische Website Köstlich – das grüne Gestotter zu Orsange Ein Kommentar von Tobias Riegel Der Fall Orsange war eine permanente Offenlegung grüner Doppelmoral bezüglich US-Verbrechen und westlicher Werte. Ein bereits älteres Video zeigt, wie Robert Habeck eine Forderung nach Freilassung von Julian Orsange durch den Journalisten Tito Jung förmlich abgepresst werden muss. Das Titelbild zeigt ein treffendes Plakat der Partei. Wortlaut Orsange versauern lassen. Machen, was zählt. Daneben abgebildet Außenministerin Annalena Baerbock. Und der BSW-Europa-Abgeordnete Fabio De Masi kündigt aktuell die Veröffentlichung von Belegen dafür an, dass das grün-geführte Außenministerium die Verteidigung von Orsange faktisch hintertrieben hätte. Auch jenseits der Grünen gibt es aktuell viel Doppelmoral bezüglich Orsange in Medien und Politik. Diskutiert wird zudem die Bedeutung von Orsange-Geständnis als Folge einer brutalen und erfolgreichen Machtdemonstration der USA. Dazu weiter unten mehr. Zunächst zu Robert Habecks Gestotter bei Thilo Jung, die ich als vielsagend über das Thema hinaus empfinde. Weil hinter der Aussage ganz offensichtlich keine Überzeugung steht, sondern hier eine reine Haltung in dreister Offenheit nur simuliert wird. Das Video ist bereits von 2021. Damals hatte Moritz Müller in einem verlinkten Artikel darüber berichtet. Symbolisch können auch Habecks lange Pausen für die grüne Sprachlosigkeit zum Fall Orsange stehen. Folterst du die Freilassung von Julian Orsange? Du forderst ja die Freilassung von Nawalny, fordert er auch, fordert er auch die Freilassung von Julian Assange. Ein faires Verfahren, fordern wir. Warum nicht die Freilassung? Julian Assange muss, und die dazu gehört, dass er aus der Haft entlassen wird, muss ein Verfahren bekommen, das nicht politisch motiviert ist. Aber das ist ja ein politisches Verfahren, es geht um Geheimdienstverrat, also es ist ein Angriff auf die Presserfreiheit. Du fordert es nicht die Freilassung? Doch, ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Wie das Auswärtige Amt die Verteidigung von Assange faktisch hintertrieben hat. Dennis Yüksel hat in der Welt, in einem teils treffenden Kommentar, den Charakter der Affäre Assange sowie die Untätigkeit grüner Moralapostel so zusammengefasst. Damit endet ein beispielloser Skandal, bei dem sich die britische und die schwedische Justiz zum Komplizen eines Rachefeldzugs gemacht haben, während die übrigen Regierungen der westlichen Welt schwiegen. Annalena Baerbock etwa, die sich noch im Wahlkampf für Assange eingesetzt hatte, aber nicht mehr als deutsche Außenministerin. Zitat N Der EU-Abgeordnete des BSW, Fabio De Masi, geht noch weiter als Yüksel. De Masi moniert nicht nur Untätigkeit, sondern hat in einem verlinkten Tweet auf X wichtige Enthüllungen angekündigt, die die grüne Pose zu Menschenrechten und Meinungsfreiheit vollends kollabieren lassen würden, wenn seine Vorwürfe zutreffen. De Masi schreibt Wir legen Unterlagen vor, die zeigen, wie das Auswärtige Amt die Verteidigung von Assange faktisch hintertrieben hat. Ich hatte diese Unterlagen via IFG-Anfragen und Gericht erstritten und bisher bewusst zurückgehalten, da es äußerst hilfreich war, dass sich der Bundeskanzler zur Freilassung von Assange geäußert hatte. Die Position des Auswärtigen Amtes wäre in Verhandlungen gegebenenfalls nachteilhaft gewesen. Nun gilt es, die Rolle von Annalena Baerbock kritisch aufzuarbeiten. Ich werde diese Unterlagen daher in den kommenden Tagen öffentlich machen. Wir sind gespannt. Und fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange. Zu den von De Masi angesprochenen Äußerungen von Kanzler Olaf Scholz hatte Florian Warweg bereits in der Bundespressekonferenz unter dem Titel »Gegen Auslieferung von Assange an die USA. Wie kam es zum Sinneswandel von Kanzler Scholz?« nachgefragt. Die Antworten spiegeln gut die inkonsistente Haltung der Bundesregierung zu dem wichtigen Fall. Grob zusammengefasst lief diese Haltung in den letzten Jahren wohl darauf hinaus, dass man das Thema möglichst vermieden hatte. Wenn es aber wegen des öffentlichen Interesses gar nicht anders ging, dann wurden doch hin und wieder in folgenloser Weise hin und wieder wachsweiße Phrasen zu Assange geäußert. Auch Politiker ohne Regierungsverantwortung haben sich teils gerne zu Assange geäußert. Zur Erinnerung, noch 2021 hatte sich die jetzige grüne Außenministerin Annalena Baerbock mit Äußerungen bezüglich Assange in Szene setzen wollen, wie Florian Warweg ebenfalls in der Bundespressekonferenz thematisiert hat. Als Ministerin hat sie die eigenen Forderungen dann aber nicht bekräftigt. Oh, Ton Baerbock 2021? Aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention im Umgang mit Julian Assange, allen voran das Verbot von Folter, Artikel 3, gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 5, gegen das Recht auf ein faires Verfahren, Artikel 6, und gegen das Recht, keine Strafe ohne Gesetz zu erhalten, Artikel 7, schließen wir uns der Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 27. Januar 2020 sowie dem Appell des UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer an und fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange. Man stelle sich vor, ein russischer Journalist wäre endlich frei. In Deutschland sind die Reaktionen nun eher verhalten. Man stelle sich im Kontrast dazu vor, ein russischer Journalist wäre endlich frei. Zu diesem Gedankenspiel hatte ich mich im Artikel »Wenn Julian Assange doch nur ein Russe wäre«, die Medien und das Messen mit zweierlei Maß geäußert. Im Artikel »Julian Assange, von den Medien benutzt, bekämpft und begraben« heißt es Viele Menschen verdanken mutigen Akteuren wie Julian Assange die größten Storys der letzten Jahrzehnte. Medien wie Spiegel, Guardian oder New York Times haben Assange und Edward Snowden jedoch erst für ihren Ruhm benutzt, dann teils als Staatsfeinde diffamiert und sie weitgehend in ihren jeweiligen Asylen in London und Moskau medial begraben. Zitat Ende Hillary Clinton Diskutiert wird momentan zudem die Behauptung von Assange »Geständnis«, denn um der unmenschlichen Behandlung zu entfliehen, der er nun jahrelang ausgesetzt war, musste sich Assange der Spionage schuldig bekennen. Damit ist es den USA laut eigenen Beobachtern gelungen, Journalismus zu kriminalisieren und ihre Zuständigkeit weltweit sogar auf Nichtstaatsbürger auszuweiten, wie etwa Robert Kennedy Jr. auf X betont. Es gibt auch Stimmen, die das anders sehen, etwa auf Konsortium News. Das Schuldbekenntnis schmälert in keiner Weise Assanges Verdienste. Stattdessen wirft es ein Licht auf einen destruktiven internationalen US-Einfluss. Welche Brutalität die USA fast erwogen hätten, gegen Assange einzusetzen, zeigt dieses Protokoll, in dem Hillary Clinton fragt, ob man Assange nicht einfach mit einer Drohne töten könnte. Can we just drone this guy? Florian Warweg hat auf X dazu geschrieben. Aktuell wird in der Berichterstattung gerne vergessen, welche Mittel die politische Elite der USA bereit war einzusetzen, um Assange und Wikileaks zu stoppen. Können wir diesen Kerl, Assange, nicht einfach mit einer Drohne töten? I can't stop crying Das Titelbild ist ein Plakat der Partei. Es stammt aus einem verlinkten Tweet von Martin Sonneborn. Weiterhin verlinkt geht es direkt zur Spendenseite für Julian Assange. Erwähnen möchte ich noch ein weiteres aktuelles Zitat von Fabio De Masi, diesmal zum Thema Heuchelei. Vielleicht können wir eine einfache Regel beherzigen. Jene, die zu Assange insbesondere in der Politik schwiegen, können auch jetzt schweigen und uns ihre Erleichterung ersparen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. – Untertitelung. BR 2018